hallo und jetzt kommen heute am montag 1834 spiel mal wieder rocket league ist wieder ein paar wochen her ich hoffe es ist alles gut eingestellt gesagt jedes spiel was ich hier machen weil man rechner von der woche neu aufgesetzt habe ist neu egal lange rede kurzer sind lasst man aber da schaut dass die kommentare wird die glocke ich würde mich die mensch über freunde glück oder können und wir spielen jetzt richtig rocket league los geht jetzt los geht's wir spielen rocket league ich bin doch der beste hier ja klar marsch was immer ich hier tue ich weiß es nicht team jetzt macht doch was ihr wisst doch dass ich jeder anfänger schlechthin bin weil ich gebe mir mühe und ich spiele das ja auch hahaha gerne okay das war jetzt gelogen aber ich spiele es gerne für euch wenn es euch interessiert wie ein noob an einen ball vorbeispringen ich selber bin jetzt kein begeisterter rocket league spieler eigentlich hauptsächlich ego shooter und ja checkt meinen kanal ab ob glück oder können der bin ist mein kanal das sah gut aus dass sein gut aus aber nur gut aus warum da 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 faszinieren würde müsste das bock sagen ich kann allen dran vorbei ich bin so gut da drin eigenes team blockiert ich sehe es ja nicht mal kacke kacke nein 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 okay ich bin mir froh dass meine teammates drauf haben die wir zu mir aber ok war auch gut gute aktion ja nice erste tor ja ist baby gut gemacht ich habe keine namen ausspricht gut mal was soll man machen was kann man tun dass wir das auch bei manchen spielen ist die sound einstellung noch voll da nur die grafik wieder voll hoch gedreht und bei anderen ist der sound nicht da oder für die grafik unten als schon faszinierend wenn man pc neu aufsetzt aber nein schade nein kommt schon das war auch scheiße angefahren ich weiß ich weiß ich weiß auch so aus ob solche machen ich kann es einfach nicht naja die idee war gut die umsetzung war echt müll also willkommen im club war jetzt machst du den euro kuschelt er mit mir ich fasse es nicht okay der ball kommt wieder zurück ist auch pro ich wusste nicht dass du hier bist jetzt und scheiße sich wissen dass der auch wieder hinten im tor ist er ist torjäger und ist noch vorne hat im boom gemacht oder wurde gebundene nein ja nein man das sah doch gut aus verdammt noch mal musste da ein torwart im tor stehen warum ist ja 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 oh mein gott es wird als mein tor angezählt danke danke liebe freunde danke nein ich habe ein tor gemacht mir ein glückstor aber was soll man sagen ich glaube die gegner sind auch nicht sehr viel besser als ich auch geil geil und scheiße weil ich finde ich echt gut was man hier schreibt sich kommentare glückstreffer ja natürlich aber geil bist du sicher dass du verteidigst du bist doch mit einer der guten naja gut direkt hat er recht wir müssen jetzt eigentlich nur noch die zwei minuten kein tor reinlassen dann gewinnen wir na was macht ihr denn da kinder nein nein migui hat ein tor gemacht das gibt es doch nicht gegeben auch ein tor gemacht haben naja egal wie wir reißen das noch zwei minuten hallo wir machen noch mal drei tore in zwei minuten das ist doch kein problem ok ok ich dachte berührt nein ich war dran vorbei ah man ich weiß dieses wort sagt man nicht aber das ist einfach in sprach gebraucht sind sowie mist oder scheiße eine andere bedeutung hat es eigentlich gar nicht bei mir ja 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 nein das hätte ich aber auch nicht besser bekommen ein ja 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 kommen wir müssen das irgendwie blocken ja sehr schön nein ach komm schon die konnte ich noch mal das gibt es doch nicht das kann doch nicht glück gewesen sein was wir hier abgezogen haben die ersten minuten kopf an aber danke sehr liebenswürdig von hier ja sehr schön jetzt jetzt baby crazy spider sehr gut gemacht jeder von uns hat ein tor gemacht hätte ich aber auch bekommen den ball oder ja wenn der nicht gewesen wäre wäre ich drin mit dem ball aber guck mal der winkel ist der gleiche das sah sehr gut aus hätte ich auch hinbekommen ehrlich ja klar locker wie sie wohin hallo ist da man falsche richtungen geblockt das kann auch nur mir passieren das kann auch nur mir passieren da 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 jetzt habe ich wieder die ballcam aufgeschaltet naja bis jetzt sieht gut aus die eine minute noch dann haben wir gewonnen danke fürs schuppen brauchst du was nein Item 1れない Track ist mehr daran untertortor nein oh doch sehr schön zu muss sein ja habe kein turbo mehr ist nicht schlimm ich hoffe ich doch nicht immer mensch ich habe ein tor gemacht und das glückstor war ja umg voll ausgespielt ja ich liege auf dem dach man der und spielt mich das gibt es doch nicht kein tor machen kein tor machen nein kommen wir haben gewonnen wir haben gewonnen kommt schon 321 ball bodenkontakt bodenkontakt baby und 1 gewonnen wir sehen uns gleich wieder er ist in meinem team crazy spider muss mich ertragen seht ihr dass er ist weiter dabei weiß ich wäre noch im anderen team von der letzten dabei ist ich habe nicht darauf geachtet aber crazy spider story bro du musst mich ertragen noch mal ich weiß dass mich als geschubst aber egal ist das mache ich denn ist egal ich versuche ich versuche es mehr kann ich nicht machen ich bin ja nicht so gut da drin warum macht er so eine leichte rolle und kriegt den ball das gibt es nicht voll gegen geblockt hat nicht viel gebracht ich muss sagen mein rechtes bein wird gerade mit veranspannung hast du dass ich mag keine fußballspieler aber ich bin trotzdem voll angespannt also eigentlich auch voll dabei aber es klappt nicht immer ja 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 das gut aus kommt schon ja super crazy spider ja ist 1 zu 0 für uns danke bro hast du super gemacht oder das ist wie auch immer man sieht ja am fahrzeug und am namen nicht wirklich welches geschlecht eine person hat deswegen danke man ja es kommt irgendwie blocken aber das war es auch nein ah man dieses timing ich habe keins lässt sich warum der turbo war über lang kann man nirgendwo turbo ist nicht ganz richtig nicht ganz richtig nicht ganz richtig aber wenn ich den blauen unterbrochen hat dann war es sogar gut ja 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 oh sie jetzt super tor gemacht nein super jetzt möchte ich auch noch ein tor machen dann wäre es in der runde davor aber ich glaube das kriege ich nicht hin ich habe ich gebe mein bestes vor ich mein bestes ist nicht gut genug ja ich weiß aber was soll ich machen okay du wärst dran wo sie kommen schon wo sie oh fuck habe ich was richtig gemacht ja irgendwie schon wo ist denn jetzt eigentlich das ding ist nicht mehr drin ja ist nicht mehr da grüße auch nicht ich habe zwei neue spieler hallo wir haben doch so gut gespielt und gewonnen bei neuen mitspieler warte fakt ich gebe mein bestes aber ich liege am dach ich sehe nichts mehr hallo aber schade ich habe mit 20 spieler bekommen was ist das dann nein okay die gegner mein tor ich glaube wir in die runde verlieren schaden mit meinem team jetzt hätte sie gewonnen aber so machen internet oder kein bock auf mich ein zu beidem obwohl wir mit 20 geführt haben okay okay kein problem ja das sieht doch gut aus dass wir ein tor dass sie doch sehr geil aus nein leider nicht nein wieso jump ich immer falsch dran vorbei wieso klappt das nicht weil ich einfach mist in den game bin ja ich weiß und teilweise sieht es gar nicht mal so schlecht aus ich weiß nicht irgendwas passt nicht was du da auch was machst du denn nein was machst du okay gut gemacht kommt horn sag ich was macht der meine mitspieler ja was mache ich denn hier ich dich nur scheiße einfach nur scheiße ist das war nicht ganz so gut a man habe schon ja versenkt ihn auch kommt schon das war eine gute vorlage von mir man ich habe bald irgendwie vorgelegt oder so ich weiß nicht was ich tue nein ja natürlich locker berühren oder bald bauen ist wieder eine kugel vorbei nein ja man kann mir drunter durchfahren ja ich kann das ich kann das ich kann alles was man nicht machen sollte ja schön gut gemacht ja wie auch immer die das machen aber gut gemacht okay okay da ist mein teammate naja wenn wir das eine minute und 20 kunden hinkriegen ohne dass noch ein gegentor fällt gewinnen wir das ganze man warum kommt der blaue so schnell dran ich verstehe das nicht ja es soll ich verstehe er ist wirklich nicht das ist nicht böse gemeint ich habe kein topo mehr danke den wo ich auch blocken naja kommt schon ach hey hörte mal auf das geht doch nicht wieder derselbe mein gott kriege ich mich auf ja so ein bisschen dachte es ist ein easy sieg aber jetzt müssen wir uns ja noch anstrengen das gibt es doch gar nicht okay kommt schon ein glückstreffer das geht das geht vom start aus das geht vom start aus ja nicht bei mir aber bei anderen wieso können andere so drauf zu fahren und sich zerquetschen und den ball treffen ach komm schon jede was soll das ja also jetzt bin ich beleidigt weil das ist jetzt zur aktion in die typ haben die ganze zeit nicht wirklich gespielt und auf einmal holen sie noch zwei tore also entweder sind die leute wirklich extrem gut und haben uns ausgespielt oder das glück spielt auch auf der seite der dumm mit ich weiß es nicht also auf meiner seite ja ich weiß ja genau wenn ich wogegen trotzdem wieder bald nicht dahin wo er soll ein anderes mann ist alles easy wo seid ihr denn mensch natürlich fünf sekunden früher mit reinkommen egal wir haben verloren das gibt es nicht kommt schon was ist was mache ich naja wir haben verloren muss euch sagen und 1 das kann dazu sagen und ein zwei spitze ich habe geile teammates ich habe auch ein tor gemacht runde zwei war das genaue gegenteil wenn es euch gefallen hat lassen daumen nach oben da schreibt es kommentare die glocke lassen aber das würde mich tierisch über freunde ich würde mich freuen auf jeden fall tierisch ansonsten würde ich hiermit noch einen schönen tag guten morgen und ich bin nicht mehr draußen das ist euer ob kluck oder können peace